So, und damit sind wir auch wieder hier zurück in Minecraft. Wir haben die Nacht gut überstanden. Und jetzt schauen wir mal erstmal, was hier unsere Schafe machen. Hey, ihr kleinen, süßen, dreckigen, schwarzen, stinkenden Schafe. Ja, hi. Was guckst du? Ja, ich hab ein Schwert. Ja, ich kann ganz böse Sachen mit dem Schwert machen. Weißt du Bescheid. So, hier, zack. Ne, ich will jetzt nicht das Fenster kaputt machen. Gut, ich würde mal sagen, wir schauen jetzt mal, dass wir hier irgendwie unser Häusken fertig kriegen. Ich will natürlich noch überlegen, wie wir das jetzt machen. Wir waren, glaube ich, erstmal da dran, zumindest. Oh, ein Schmetterling. Hallo, Schmetterling. Wo bist du? Hi. Hi. Schippe. Kennst du schon die Schippe? Zack, siehste? Okay, hier wollten wir irgendwas machen, aber das ging schlecht, weil hier quasi die Erde oder dieser Berg an Erde sich ein bisschen sträubt, uns hier ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ich mache jetzt einfach mal so, in der Hoffnung, dass es dann nicht so schlimm ausfallen wird, wie ich es mir nicht erhoffe. So, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was uns erwarten wird. So, ich weiß nur, dass wir hier irgendwas machen müssen. So, hier noch. So, hier noch. So. Ist doch auch schön hier ein paar Samen. Und eine Raupe. Ja, ja. Kommen wir hier noch ab. So. Dann sieht das doch alles wieder natürlich aus. Ist ja... Muss ja auch ein bisschen natürlich aussehen hier. Und wir waren dran, hier uns durchzuwuseln. Bin ich gerade nur am überlegen, wie. Das ist nämlich jetzt die Frage der Fragen. Wie wuseln wir uns jetzt am besten hier durch? Ich würde jetzt einfach mal sagen, so. Und dann machen wir hier mal eine Runde ab. Denn das ist ja irgendwie nervend hier. So. Da kann man ja runtergehen, bis in die Ritzen. Ich springe mal eben hier hoch, runter. So. Dann machen wir das hier alles weg. Dann dürfte das alles ja kein Problem sein. Und je schneller wir hiermit fertig sind, mit dem langweiligen Tal, mit der Erde buddeln, können wir uns auch anderen Sachen widmen dann. So. Na ja. Ach, ist das schön. Mit der einheimischen Schippe hier ein bisschen... So. Ja ja. Der Sirios macht hier einfach mal ein bisschen Schei-Scha-Scha. Ja, 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 ja. So, guck mal, hier geht es auch schon weiter. Siehste, zack. Haben wir uns schon durchgebuddelt. Jetzt müssen wir irgendwie hier noch durchkommen. Ich bin gerade nur am überlegen, wie. Oder wie ist ja die falsche Frage. Natürlich buddeln wir uns hier durch. Die kommen auch überall durch. Siehste, da ist schon die Öffnung. Da geht es schon gut los. Machen wir bis da hinten noch alles frei. Und hier auch noch. So, komm ich da ran? Äh, nee. Zu kurze Arme. Wir machen hier die wunderschöne Erde weg. Yeah. Da-ram-dam. Dam-dam-dam. Dam-dam. 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 Dün. So, haben wir denn noch eine, äh... Stein-Axt? Ja, haben wir. Natürlich. Wir haben alles. Wir haben von Holz bis Kohle bis Zenit-Zement und anderen Scheiß haben wir alles dabei. So, jetzt haben wir mal ein bisschen... Ja, ein bisschen Holz. War es das jetzt? Das war es schon? Ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt. Ich dachte, da kämen jetzt mehr. Aber irgendwie... ist ja nur Pille-Palle. So, mich würde jetzt aber mal gerne interessieren, wie weit der Berg noch geht hier. Ach du Scheiße. Es ist ja noch ein Monster-Berg. Da gehen wir aber mit Dynamit dran. Also da buddel ich mich jetzt nicht durch. Zumindest nicht... Alter Schwede. Ist ja Horror. Viel zu viel zum Buddeln. Neu. Toll. Scheiß Erde hier. So ein Scheiß. Das macht mich jetzt total traurig. Ich bin voll der Erden-Emo. Hehehe. Ja ja. Lacht ihr nur über mich? So. Was ich natürlich noch sagen wollte, wir müssen mal gucken, wie lange wir hier Minecraft noch weitermachen erstmal. Denn im Oktober kommen ja ein paar geile Titel raus, wo ich Let's Play zu machen möchte. Und äh... mehrere Folgen am Tag gleichzeitig hochzuladen, schaffe ich leider nicht, da ich auch noch arbeiten bin. Und ich immer erst so ab abends, manchmal auch erst nachmittags zu Hause bin, je nachdem wie der Dienstplan ist. Und deshalb versuche ich eigentlich, ich versuche konstant erstmal zwei Folgen immer hochzuladen. dass ihr halt zwei Folgen am Tag habt. Und ihr müsst mal gucken, denn am 29. Oktober oder 30. Oktober kommt das Battlefield 4, was ich gerne Let's Playen wollte. Und Assassin's Creed 4 steht ja auch noch an. In der Hoffnung, dass mein Computer, ja, der ja eigentlich schon voll kacke ist, also er macht noch seine Arbeit, aber so mit hochauflösender HD-Grafik kann ich die Spiele nicht spielen, ohne dass es lackt. Und das ist halt ein bisschen kacke. Deshalb, sonst könnte ich euch auch Let's Plays Videos in Full HD anbieten. Aber das geht leider nicht. So müsst ihr euch halt mit 720p rumschlagen. Ich hoffe, das stört euch aber nicht. Ist dann halt HD und nicht HD+. Aber gut, ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Ich werde mir auf jeden Fall bald einen neuen Computer zulegen und dann ändert sich das auf jeden Fall. Nur ihr müsst halt noch ein bisschen Geduld haben. Ich habe halt noch nicht das Geld dafür zusammen, aber ich bin am Sparen, da machen und dann tun. Und dann kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Denn ich will euch ja immer bessere Videos beziehungsweise Videos schenken zum Anschauen, die von der Qualität her auf jeden Fall besser noch werden. Ich bin ja echt froh. Ich mache das ja jetzt schon seit ca. drei Monaten. Und schon 42 Abonnenten. Dafür erstmal schon mal ein riesengroßes Dankeschön an euch, die bis jetzt zu mir gehalten haben, mich begleitet haben bis hierhin. Ich denke mal, die 100 Abonnenten-Marke können wir auf jeden Fall mal knacken. Und dann sind wir auf jeden Fall schon einen großen Schritt weiter. Ich werde es auf jeden Fall durchziehen. Weiß ich nicht, wie viele Jahre lang ich das mache. Und ich bin echt mal gespannt, wie es in drei Jahren... Ist da ein Zombie? Na ja. Ich bin echt gespannt, wie es in drei Jahren dann aussehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mich unterstützt, ihr mit dabei seid und ich euch mit meinen Videos ein bisschen die Langeweile vertreiben kann. So. Ja, zu der Musik von Monkey Island übrigens. Also, wer es noch nicht kennt, Monkey Island. So. Könnte man natürlich auch jetzt playen als das Retro-Game. Ganz cool eigentlich. Habe ich als Kind durchgesuchtet von Anfang bis Ende. Also der erste Teil mit der ganz alten Grafik noch bis zum heutigen aktuellen Teil. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auswendig. Ähm, jetzt Erde. Erde. Zack, 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 zack. Ja, und jetzt müssen wir halt mal gucken, irgendwie. Auf jeden Fall, Battlefield 4, Call of Duty Ghosts habe ich mir auch geholt, Assassin's Creed 4. hier so viele neue und geile Titel. Aber ich will auch ein paar ältere Titel machen. Ich habe noch hier ein paar rumliegen. Auch von Steam. da wollte ich gerne auch ein Let's Plays noch zu machen. Sind auch ein paar Adventure Games mit dabei, wie Harvest Neue Augen. Edna bricht aus. Wollte ich irgendwie auch nochmal weitermachen. Da mussten wir ja unterbrechen. da irgendwie, ähm, mein Aufnahmeprogramm, beziehungsweise das Rändern irgendwie ein bisschen gespackt hat. Was auch immer. Sobald ich den neuen PC habe und alles drum und dran, werden wir wieder die weiteren Folgen machen. Drei Folgen gibt es ja erst bis jetzt. Also ich habe den Spielstand auch noch nicht gelöscht. Und ich höre eine Höhle. Aber da fummeln wir jetzt nicht rum. Wir machen eben noch die Steine hier fertig. Und dann sehen wir zu, dass wir ins Bettchen kommen, bevor wir uns die Creeper eins aufs Maul hauen. Jetzt schnell rein hier. Schnell rein. ins gemütliche Häuschen. Ach, ist das schnuckelig hier. Jo, ab hier unter Bettchen. Übrigens blau, ne? Wir halten das ganz schlichte, das Bett. Nicht so viel mit, äh, Krimskram. So Prinzens Lillifee und so. Das muss ja nicht sein. Und dann würde ich mal sagen, ja, ja, gute Nachricht. Jo. Ach ja. Ah, ist das wieder ein schöner Morgen hier. Dann wollen wir mal wieder zurück. Ach, hier können wir ja auch rein. Sieht man. Da, so. Na, geht zu. Und dann mal schnell hier noch mit Erde auslegen. So, als hätten wir hier nichts gemacht. Da eigentlich nicht. So, schön. Nein. So, jetzt aber. Das läuft ja wie geschmiert. Was haben wir hier noch? Kiez. Hier nicht abhocken. Hier blöden. So. Und so. Und da noch. Und hier auch noch. Und da auch noch. Und sowas. Und hier nicht. Sieht doch aus wie vorher, oder? Kann man doch nicht. Nichts. Mehr. Kann man doch nichts bemängeln. So. Als hätten wir nichts gemacht. Jetzt hatten wir nichts angerührt. Ach, hier geht es ja noch weiter mit dem. Ach, sieh mal eine an da. Ich hab ein Lüter. Genau. Mit dem Schwert. Wir machen alles falsch, was man falsch machen kann. So. So. Und jetzt. Mal überlegen. Mal überlegen. Mal überlegen. Hm. Würde ich einfach mal sagen. Stellen wir mal ein bisschen die Schafe. Wenn man hier jetzt reinkommen könnte. Nee, natürlich nicht. Jetzt muss ich hier immer außen rumlaufen. So. Seid ihr bereit? Es gibt. Simon braucht Wolle hier. Schnipp, schnapp. Jetzt eure Wolle ab. Haha. So. Dann kommt mal her. Papi will euch scheren. So. Du noch. Und dann du. Und du. Und du. Und du. Und du. Und du. Und hier. Ja, alles ist denn hier. So. Haben wir alle, ja? Schön. Dann kommen wir wieder hier raus. Lasst mal hier raus. Alle schwarze Schafe der Familie. Hoho. 39 Wolle. Schön, schön. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier eben noch schnell weg. Da können wir ja eigentlich auch die Schaufeln eben aufbrauchen. Ich mach einfach mal. So. Wir buddeln uns hier mal durch. Na, uch. Hallo? 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 Ach, sieh mal eine an. Hier sind wir reingefallen, ne? Ist ja... Hallo? 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 Huch. Ah! Hilfe! Jo, ich würde mal sagen, hier sind wir reingefallen. So, ne? Ja. Lassen wir jetzt einfach so. Und dann brüllen wir hier alles frei. Hätten wir uns ja beinahe das Bein gebrochen hier. Geht ja gar nicht. Wir müssen ja noch arbeiten. Wir sind doch fleißige Arbeiter, die Tag ein und Tag aus nur hier so beschissene Erde vor sich hin scheppeln. Tja, Minecraft besteht nur aus Erde, Steinen und Bäumen. Und irgendwelche Höhlen. Oh, ne. Aua. Mann. Das gibt's doch nicht. Jetzt verarsch ich hier, oder? Weh, ich plumpse jetzt wieder hier rein. Ha. Doof bin ich nicht, ja? Ja, ich bin. So, jetzt machen wir hier alles mal zu. Hier noch. Und hier noch. Hier auch noch. Das sieht doch gleich schon viel besser aus. Den Baum, den müssen wir noch kurz kürzen. Aber das sollten wir auch hinkriegen. Das sollte kein Problem sein eigentlich. So. Ja, du kommst auch noch dran. Den hätten wir auch. Und jetzt müssen wir noch hier hoch, wenn wir da mal hier hochkommen. Oder sonst hier durchflüssen. So, Baum. Hallo. Baum. Machen wir den auch noch eben schnell weg. Hätten wir das. Okay. 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 Wuff. Bam. Wuff. Baff. Zack. Ratzfatz. Schnipp. Schnapp. Jetzt brauchen wir natürlich Pflasterstein fürs Dach. Wir wollten uns ja das Dach machen. Ich schau mal schnell, ob wir nochmal zum Ofen laufen können. Denn wir müssen uns sauberen Stein machen. Und dann fangen wir mal an, unser Dachstuhl da zu bauen, damit wir das auch haben. Ich schau mal eben, wie viel. So, wir haben hier eine extra Erde. Ach, wir sollten auch mal eine extra... Extra Kiste für Erde machen, habe ich das Gefühl. Pflasterstein. 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 Kies. Kies. Pflasterstein. So. Schöner Stein. hier haben wir sand das können wir jetzt nicht wir können ja wir können sehr künstliche kohle machen wenn man es jetzt so wir nehmen uns jetzt ich weiß jetzt nur nicht wie es geht irgendwie wir nehmen uns jetzt einfach mal hier so und das hier so und dann das hier steinziege treppen ach wir haben schon ein paar steinziege treppen 24 kohle 18 kohle